Das Malbuch Grün Perkis Hellblau Grau Violett Beig Rosa Rot Braun Gelb Blau Dunkelblau Dass wir zur Schule hin sollen. Weshalb? Weißt du warum? Keine Ahnung. Und du? Vielleicht hat Sim keine schlechte Note bekommen. Ich frage mich, ob Nolik Ärger gemacht hat. Ich mache mir jetzt schon große Sorgen. La 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 la. Und das sind fünf und sechs. Mh, toller Haarschnitt. Sieben, acht. Hallo. Hallo Werder. Wo ist Großfix? Ich bin nicht sicher. Aber geht doch mal in den Chemiebereich und schaut dort nach. Im Chemiebereich? Äh, sag mal. Hat unser Nolik heute was angestellt? Nolik? Der macht doch immer nur Quatsch. Ah, wir sind also nicht wegen Nolik hier. Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes passiert. Ja, was denn? Es kann alles möglich sein. Dies ist nicht nur eine Fixi-Schule. Es ist ein richtiges Labor. Violett. Lila. Rosa. Grau. Grün. Türki. Gelb. Hellblau. Ziffer, hast du vielleicht Nolik gesehen? Weißt du, ob ihm irgendwas passiert ist? Wir befinden uns in einem Labor. Hier kann alles Mögliche passieren. Oh Gott. Was meinst du damit? Sowas halt. Ihr seht's ja. So läuft das hier. Und wo? Komm mit! Schnell! Masja, mach keine Panik. Spula, wo? Oh, gut, dass ihr da seid. Ihr müsst uns bitte helfen. Was ist denn passiert? Oh, ah, da. Oh, wir. Großfix. Was? Wo? In der Mechanikabteilung dort. Und Simka und Nolik? Auch. Die sind auch da. Ah, meine Kinder. Bleibt bloß ruhig. Oh! Rosa. Rot. Blau. Hellblau. Grau. Türki. Grün. Violett. Gelb. Beige. Was ist denn los? Ich muss doch gar nicht gerettet werden Dann ist Simka diejenige, nicht du Ich muss auch nicht gerettet werden, mir geht's gut Und weshalb macht ihr euch denn solche Sorgen? Alle sind am Leben, also warum hast du uns hergeholt? Ich brauche eure Hilfe wegen eines kleinen Unfalls Nolik, bist du schuld daran? Oh nein, der ist unschuldig Im Gegenteil, er hilft mir bei der Reparatur Papus, wir brauchen deine Hilfe, sonst schaffen wir es nicht, das Teil wieder einzusetzen Dieses? Hä? Tittich! Oh, eine perfekte Reparatur War das der einzige Grund, weshalb wir herkommen sollten? Nun ja, ich brauchte eure sofortige Hilfe, deswegen habe ich nach euch geschickt Aber Feuer hat... Wieso Feuer? Wieso war es immer Feuer? Wieso musstest du uns so erschrecken? Ich hab euch doch nicht erschreckt Das wart ihr ganz von alleine Wähle aus, was du anschauen willst Klicke einfach auf das Bild Abonniere unseren Kanal, um neue Zeichen-Trickfilme anzuschauen Bis zum nächsten Mal, am jak Tschüss! rampart Tissника